Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu diesem sechsten Komsumcast, eine Gemeinschaftsproduktion von Zürcher Presseverein und der Zürcher PR-Gesellschaft, quasi als Ersatz für den jährlichen Communication Summit. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Ja, wir führen Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kommunikationsbranche, immer so ein bisschen unter dem Obertitel, was hat Corona mit uns gemacht, was hat Corona verändert, was bleibt, welche Chancen ergeben sich unter Umständen auch durch Corona. Heute eine bekannte Versöhnlichkeit aus dem Schweizer Journalismus, aus der Schweizer Publizistik, nämlich Markus Somm. Nach Station beim Tagesanzeiger und der Weltwoche wurde Markus Somm 2010 Chefredaktor der Basler Zeitung. Ab 2014 war er auch Verleger, Mitbesitzer der Basler Zeitung. Dann 2018 der Verkauf von Tamedia. Darauf ist er als Chefredaktor ausgestiegen, Kolumnist bei der Sonntagszeitung und er hat im letzten Jahr mit seiner Firma Klarsicht die Satirezeitschrift Nebelspalte übernommen. Seit März 2021 wird die Neuausrichtung des Nebelspaltes in Zürich vor allem auch online produziert. Markus Somm ist natürlich auch bekannt als Historiker und er hat Bücher geschrieben über Christoph Blocher und Henri Gieson. Herzlich willkommen, Markus Somm, bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Ja, die erste Frage stelle ich allen meinen Gästen. Eine persönliche Frage nach dieser Corona-Zeit. Was hat Corona mit dir persönlich gemacht? Was hat es dich gelehrt oder wie hat es dich auch verändert? Ich glaube nicht, dass es mich verändert hat, irgendwie langfristig, aber ich würde schon sagen, die meisten Leute, und da gehöre ich dazu, sind einfach froh, dass es endlich vorbei ist. Man merkt einfach wieder, wie es Dinge gibt, die sehr, sehr wichtig sind für unser Leben und man schätzt die gar nicht, weil sie so selbstverständlich sind. Eben ein Restaurantbesuch, ein Bier mit Freunden, dass man sich sehen kann, dass man miteinander reden kann. Das haben wir doch sehr vermisst und das habe ich am meisten vermisst. Und ich habe es natürlich jetzt vor allem auch gemerkt, bei diesem Aufbau ist es natürlich ein Nachteil. Wenn man so eine Redaktion aufbauen will, dann möchte man ja die Leute auch irgendwie spüren. Direkter Kontakt. Genau, und das ist schon sehr wichtig und das wurde schon sehr erschwert. Also von daher, ich bin sehr, sehr froh, dass es vorbei ist. Ist es denn vorbei? Glaubst du, es ist vorbei? Ja, das ist sehr unsicher. Also das hoffe ich natürlich schon, aber wir wissen es nicht. Wir sehen es jetzt im Herbst, ob da wieder eine dritte Welle kommt. Hoffe aber dann, dass die Behörden ein bisschen vernünftiger reagieren. Wir sind fast alle dann wahrscheinlich geimpft. Also ich glaube nicht, dass es nötig ist, noch einmal solche strengen Massnahmen zu ergreifen. Hoffe ich auf jeden Fall. Also kein Lockdown mehr in diesem Herbst. Ich hoffe nicht und ich würde das auch sehr bekämpfen, weil grundsätzlich ist das nicht ein Leben, das wir verlängern wollen. Unnötig. Keinesfalls, keinesfalls. Ja, du hast die Basler Zeitung verkauft eigentlich 2018. Warum eigentlich an Tamedia, habe ich mich immer gefragt. Also die Ausrichtung, die politische Ausrichtung der Basler Zeitung und dir. Und Tamedia-Konzern ist nicht unbedingt gerade so kompatibel, oder? Gut, es war ja ein offenes Geheimnis, dass Peter Wanner mit seiner CH-Media auch sehr interessiert gewesen ist. Da gibt es zwei Überlegungen, die für mich schon wichtig waren. Peter Wanner hat in Basel selber, die basellandschaftliche Zeitung hat er zur BZ Basel auch umfunktioniert in Baselstadt. Und das war mir natürlich klar, wenn wir die Basler Zeitung Peter Wanner verkaufen, dann würde das bedeuten für meine Lokalredaktion, dann, dass die praktisch wahrscheinlich in Luft sich auflöst. Und man hat ja grundsätzlich und ich sowieso, weil wir hatten ja so turbulente Zeiten in Basel und es war eine sehr verschworene Redaktion. Die meisten Leute habe ich ja eigentlich noch rekrutiert. Da hat man auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man dann die Leute so im Regen stehen lässt. Und ich hatte damals den Eindruck, und ich würde das heute noch so unterschreiben, dass die Tamedia doch der bessere Partner ist, wenn es darum geht, dass eben möglichst viele Leute von der Redaktion weiter übernommen werden. Und dass überhaupt die Zeitung weiterleben kann, dass es keine Fusionen dann gibt. Und zweitens muss ich auch sagen, das hat dann auch mit den Verhandlungen zu tun. Es war mit der Tamedia einfacher, es war professioneller, teilweise auch Peter Wanner. Lukrativer? Der Unterschied war da nicht nur einmal so groß. Peter Wanner, den ich sehr schätze, aber Peter Wanner ist ab und zu auch ein schwieriger Verhandlungspartner und da ist man dann gar nicht immer so sicher, wie es rauskommt und so. Aber natürlich hast du recht, politisch wäre die CH-Media wahrscheinlich mehr gewesen. War das jetzt ein Glücksfall, 2018 zu verkaufen? Wenn ich jetzt an Corona denke und an die Werbeeinnahmen, die zusammengebrochen sind. Die Zeitungen sind ohnehin in einem ganz schwierigen strukturellen Problem drin. Die Werbung zieht sowieso weg. Und jetzt auch noch Corona. War das genau der richtige Zeitpunkt, der Höchstwert quasi zu erreichen? Ich glaube, im Nachhinein muss man das so sagen. Das wussten wir natürlich überhaupt nicht und wir haben da auch Glück gehabt. Aber es ist sicher so, dass Tamedia oder auch CH-Media, die würden nie mehr den gleichen Preis heute zahlen, weil der Strukturwandel hat sich mit Corona natürlich noch einmal beschleunigt. Also der Preis ist zerfallen. Das ist klar. Zweitens gibt natürlich, wenn man so eine Zeitung abgibt, gibt es eigentlich nie den richtigen Zeitpunkt. Emotional war es nicht einfach, weil irgendwie, es war eine sehr gute Zeit in Basel. Bist du emotional immer noch gebunden an die Zeitung? Nein, an die Zeitung nicht. Aber Basel war schon eine gute Zeit, obwohl ich ja da auch durchaus gelitten habe. Also ich meine, es war ja eine unglaublich polarisierte Situation. Aber tendenziell muss ich auch zugeben, ich habe das noch gern. Ich habe so eine gewisse Kampfsituation, finde ich nicht so schlecht. Und es war einfach schön in dieser Stadt, die doch sehr, sehr, wie soll ich sagen, nach wie vor protestantisch ist. Aber haben nicht viele gesagt, der Markus Somm, der ist gar nie in Basel angekommen? Der hat eigentlich die Stadt gar nicht verstanden und die Stadt tickt ja eher links und grün und der Markus Somm tickt anders. Das ist gar nie irgendwie zusammengekommen. Ja, aber das würde ich auch, ich glaube, das hat mich auch nie belastet, weil das haben sie natürlich von Anfang an gesagt und das haben sie nach acht Jahren gesagt. Und jetzt sagen sie das immer noch, aber sagen vielleicht, ja, aber es war schon eine gute Zeit, die Zeitung war besser. Aber tendenziell ist es so, ich habe mal mit Hans-Peter Wessels, der war ja Regierungsrat lange in Basel und hat auch, ich glaube, 30 Jahre in Basel verbracht, kam aber aus St. Gallen und hat immer noch mit diesem schönen St. Galler Akzent gesprochen. Meine Eltern kommen auch St. Gallen, deswegen sage ich das. Und er hat mir auch nach 30 Jahren gesagt, heimlich, weisst du, ich als St. Galler, ich werde da nie akzeptieren von den Baslern. Also die Basler sind ja schon speziell, das wissen wir auch. Das ist eine interessante Mischung von Weltoffenheit und Porniertheit und da kann man sich immer was aussuchen. Ab und zu findet man das sehr provinziell und dann wieder doch interessant, weil es halt schon sehr eigensinnig ist, diese Stadt. Das war ja ein interessantes Experiment, habe ich gefunden. Also wir sind in Zeiten, wo die Zeitungen in der Krise sind und du hast jetzt mal gesagt, ich mache eine Zeitung eigentlich ein bisschen gegen den Trend, der in der Stadt herrscht, der Trend vielleicht auch bei den Lesern. Man kann fast schon sagen, gegen die Leser, so weit würde man vielleicht nicht gehen. Und es hat aber auch nicht wirklich funktioniert, oder? Die Auflage ist auch gesunken, sie wäre wahrscheinlich auch gesunken, wenn du nicht dort gewesen wärst. Es hat nicht funktioniert. Was funktioniert denn eigentlich noch? Kann man heute noch eine Lokalzeitung machen oder eine Zeitung für eine Stadt, einen bestimmten Gebiet? Kann man das noch machen oder ist das vorbei? Also ganz grundsätzlich habe ich mir das natürlich zu Anfang gar nicht überlegt, sondern es war ja logisch, der Tamanti hat da zuerst zugegriffen, dann war Christoph Blocher in der Nähe. Dass da auch politische Motive vorlagen, war ja offensichtlich. Ich stand den beiden Herren politisch sicher nahe. Deswegen war es irgendwo klar, wir machen jetzt eher eine bürgerlichere Zeitung. Das heisst nicht, dass wir nicht pluralistisch waren, aber ist klar, im Zweifelsfall bürgerlich. Jetzt weiss man ja, Basel ist ja speziell. Ich meine, es ist eine rot-grüne Mehrheit, auf jeden Fall so wie in Zürich, aber es gibt auch ein starkes Bürgertum. Und zweitens kommt das zu, dass natürlich das Baselbiet ist natürlich viel bürgerlicher. Also von daher, es war nicht unbedingt nur eine Zeitung gegen die Leser, aber sicher gegen einen wichtigen Teil der Leser. Die Linken lesen vielleicht auch ein bisschen fleissiger, muss man auch zugeben. Aha, das ist interessant. Ja, könnte schon sein. Ja, es sind ja meine Leute, die eher links sind, sind eher im öffentlichen Sektor tätig, dass die ganze Bildungselite ist eher links. Die haben mehr Zeit zum Lesen. Geht nicht mehr Zeit, aber die haben mehr Interesse. Auch die Kulturleute, die sind natürlich mehr interessiert. Das Theater Basel ist wichtig. Basel ist ein unglaublich wichtiger Kunstort. Das sind auch eher tendenziell linke Leute. Die lesen besser. Die Unternehmer sind wir ehrlich und die Manager, die lesen nicht so wahnsinnig fleissig. Auch die Handwerker und die Gewerbler nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen das Schicksal der bürgerlichen Journalisten, dass sie zwar für eine Mehrheit schreiben, aber die Mehrheit interessiert das nicht so sehr. Kann man eine solche Zeitung noch machen? Du hast ja jetzt Tamedia verkauft, also ein Verbund, auch ein Konzern, der noch viele andere Dinge macht, macht noch ein bisschen Online-Inserate. Mit Online verdient man eigentlich das Geld gar nicht mehr mit dem Journalismus. Kann man eigentlich rein mit dem Journalismus, da kommen wir dann auf dein neues Projekt, kann man mit dem Journalismus überhaupt noch Geld verdienen? Oder geht gerade so eine Zeitung nur noch, wenn sie im Verbund ist, quer subventioniert wird, irgend so was? Das ist noch eine gute Frage. Also wir sind ja damals zum Schluss gekommen, nein, das geht auf die Dauer nicht. Aber ich muss auch sagen, wir haben am Schluss immer noch eine sehr, sehr prächtige Rendite erwirtschaftet, das ist etwa 15 Prozent. Das war extrem viel für eine Lokalzeitung, auf jeden Fall. Das war eine grosse Leistung, aber wir hatten natürlich den Eindruck, das nimmt jetzt nur noch ab. Und zweitens muss man auch ehrlich sein, warum haben wir diese Zeitung so rentabel machen können. Wir haben nur Kosten gesenkt. Man findet ja keine neuen Abonnenten. Eigentlich muss man auch ehrlich sein und das gilt für alle Zeitungen praktisch. Von daher war das eigentlich nur Kostenmanagement, das finde ich absolut interessant, das finde ich auch innovativ, aber ich wollte dann das auch nicht noch einmal zehn Jahre lang machen. Ist es nicht eigentlich frustrierend, einem Business zu sein, wir Journalisten, einem Business zu sein, das eigentlich nur noch schrumpft und das eigentlich nur noch Kosten sparen, Kosten sparen, Kosten sparen. Das sage ich jetzt auch für die SRG. Das ist die einzige Perspektive noch, das ist ja keine Perspektive noch, gerade für junge Leute in diesen Beruf zu gehen. Ja gut, wir sind ja, du musst das vergleichen mit der Eisenbahn, oder? Im 19. Jahrhundert geht es eigentlich um Transport. Und natürlich für die Eisenbahn war es natürlich hart, dass das Automobil aufkam. Aber die Leute, die im Automobilgewerbe tätig waren, die hatten dann die gleiche Stimmung wie die Leute jetzt in den Internet-Startups. Also ich glaube, das Bedürfnis, das wir befriedigen, ist Information und Unterhaltung. Das sind die zwei Dinge, die wir machen. Und das bleibt? Das wird auf jeden Fall bleiben, weil das Bedürfnis ist ja gross. Also ich meine, die Leute wollen lachen, die Leute wollen unterhalten werden, die Leute wollen auch informiert werden. Das gilt für das Fernsehen, das gilt für das Radio, das gilt für die Zeitung. Aber das kennst du gut, die Diskussion, die sogenannten Vektoren, wie das heisst bei der SRG. Das ist ein schreckliches Wort. Da denke ich immer an Vektorgeometrie und die mich gehasst. Genau. Und ich sehe heute noch das Buch. Es gab doch so ein blödes Buch. Vektorgeometrie. Ich glaube, unsere Generation ist da grauenhaft geprägt worden. Genau, wenn wir die Laune am Journalismus verderben werden, dann muss man von Vektoren sprechen. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, es ist natürlich schon, und das ist eine Binsenwahrheit, die Kanäle haben geändert, aber grundsätzlich das Interesse, das wir befriedigen können, ist eigentlich schon noch da. Aber wir sind natürlich eben die Dinosaurier. Wir sind in den alten Kanälen, in der Eisenbahn oder sogar in der Pferdekutschenindustrie sind wir tätig. Und dann ist es nicht lustig. Du ja nicht, du bist jetzt in neun Gebieten tätig. Als Veteran, ja. Nur noch ganz schnell, wie lange wird es eine gedruckte Tageszeitung noch geben, wie jetzt die Basler Zeitung? Ja, vielleicht 10, 15 Jahre. Ich glaube, wir sind so, ich bin ein bisschen jünger als du, aber nicht entscheidend. Ich glaube, wir sind so die letzte Generation, die print irgendwie noch nicht schätzt. Die print Dinosaurier. Ja, die das schätzt und wir leben ja wahrscheinlich auch noch bis 90, also bis dann wird es die Zeitungen schon noch geben, also es ist länger als 15 Jahre. Ich glaube, es gibt sie schon noch, aber wir alle spüren, und das gilt ja fürs Fernsehen auch und fürs Radio genauso, wir spüren, dass das vorbeigeht. Wir wissen, diese Technologie, die ist bewährt und alt, aber die geht vorbei. Und wir müssen uns bewegen, das ist völlig klar. Und wir wollen uns ja auch bewegen, weil es macht ja auch Spass, das muss ich auch wieder sagen. Du bewegst dich jetzt, du hättest jetzt eigentlich mit den Einnahmen aus Tamedia auf den Golfplatz gehen können, nur noch Ferien oder ich weiss auch nicht, was tun, jetzt zurück wieder in dem gleichen Gewerbe eigentlich. Du kaufst den Nebelspalter, ein Produkt, das wirklich sehr alt ist, also einen sehr renommierten Namen hat, aber es gilt jetzt nicht als modern und super attraktiv. Weshalb? Ich meine, du hättest ja von etwas ganz Neues machen können, mit einem neuen, sexy Namen. Weshalb jetzt der Nebelspalter? Ja, sonst habe ich den sexy Namen nicht gefunden. Also zuerst einmal, ich habe ja das auch überlegt und ich war ja eine Zeit lang noch in Amerika am Shorenstein Center von der Harvard University und da habe ich diese Frage auch oft mit diesen Leuten da diskutiert und das waren sehr erfahrene Manager aus den Medien, Chefredakteure und so weiter. Und da gab es immer beide Meinungen. Es gab immer die Leute, die sagten, hey, ihr seid neu, ihr seid ein Start-up und die junge Generation möchte einen neuen Titel und möchte einen neuen Brand. Ihr müsst ganz neu anfangen. Und dann gab es die anderen und die haben dann immer gesagt, nein, aber es ist ein Riesenvorteil auch in der digitalen Welt, wenn du einen alten Titel einfach umfunktionieren kannst. Und du, ich kann es nicht entscheiden. Ich meine, es gibt Google und Apple und es gibt BMW. Also ich meine, wir sind ja Dinosaurier, aber selbst für mich wirkt der Nebelspalte ein bisschen angejagt. Absolut. Und das ist völlig verstaubt, oder? Das ist ganz eindeutig. Und jetzt bin ich so, weiss ich nicht so genau, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Printprodukt? Ist das jetzt ein Videoprodukt? Ist das jetzt ein Produkt, wo täglich Artikel erscheinen? Was ist das? Ich glaube, du sprichst da etwas an, das wir irgendwo noch entwickeln müssen, oder? Und wo ich auch merke, das ist noch nicht unproblematisch. Also da sind wir nicht so sicher, ob das jetzt alles so schön funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und erstens grundsätzlich bin ich natürlich der Meinung, eben im Digitalen gibt es eigentlich nur noch Text und Video und Audio, alles zusammen. Da bin ich schon überzeugt. Aber Print ist natürlich schon eine Herausforderung. Und war es eine gute Idee oder nicht, ein sehr guter Freund von mir hat immer geraten, ja unbedingt mit Print, diese Kombination ist genial. Dann gibt es halt die anderen Leute, die sagen genau das Gegenteil. Ich glaube, das Spezielle an der Situation heute in den Medien ist einfach, dass niemand es besser weiss. Wir müssen einfach ausprobieren. Und dass niemand bezahlen will eigentlich. Und das finde ich jetzt komisch bei euch. Das Printprodukt muss man bezahlen. Die Artikel muss man auch bezahlen. 16 Franken im Monat. Und man bekommt eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Etwa drei bis vier Artikel habe ich so im Durchschnitt jetzt gezählt. Und dann die Videos sind wieder frei. Aber was ist das für eine Kombination? Also entweder bezahlen oder nicht bezahlen. Aber diese Hybridform finde ich ganz komisch. Ich habe die eigentlich in Amerika gesehen. Und da funktioniert das recht gut bei mehreren Plattformen. Und da ist es eben so, dass du die Podcasts und die Videos, die kannst du eben auch mit Sponsoren monetarisieren. Und das ist eigentlich die Idee, dass wir da mit Sponsoren arbeiten. Zweitens, dass wir da eine jüngere Zielgruppe erreichen, die sowieso schwer zu überzeugen ist, dass sie zahlt. Und gleichzeitig haben wir den Text, wo wir die Abonnenten gewinnen. Wo wir versuchen, einen gewissen Abonnentenstamm aufzubauen. Aber du, das ist wie gesagt, das ist alles… Alles im Fluss, alles im Weg. Aber ich habe mich gefragt, jetzt hast du doch so wahnsinnig tolle Investoren, Finanzinvestoren. Habe ich gelesen. Sergio Ermotti, Konrad Hummler, Walter Frey. Also da ist doch unheimlich viel Geld vorhanden. Und da habe ich gedacht, jetzt macht er noch eine Plattform, wo man noch etwas bezahlen muss. Das kannst du eigentlich nicht machen. Du hättest es gratis gemacht. Weil man sofort die Leute… Ja, es ist einfach das Problem, weil man sofort natürlich einschränkt. Wenn man eigentlich beginnt, dann müsste man doch möglichst viele Leute erreichen. Zumindest mal am Anfang. Und du hast ganz konsequent schon von Anfang an eine Bezahlschranke. Und dann wieder nur bei den Texten. Ich jetzt zum Beispiel hätte mich für die Texte noch interessiert, weil ich gerne Texte lese. Und da habe ich aber doch gewartet. 16 Franken finde ich jetzt doch noch viel. Da müsste ich eigentlich das Magazin dazu bekommen. Dann würde ich es vielleicht noch machen. Aber ist das nicht sehr schwierig? Und wieso machst du das? Du hast ja so viel Geld im Rücken. Da brauchst du das doch nicht. Erstens, weil ich natürlich schon überzeugt bin, dass Journalismus langfristig einfach keine Überlebenschance hat, wenn du einfach das gratis gibst. Das ist ja irgendwo etwas, was mich jetzt auch als Journalist immer gestört hat, dass wir für unsere Arbeit da eigentlich nicht bezahlt werden. Und das ist eigentlich… Ich nehme das ja nicht persönlich, sondern ich finde einfach grundsätzlich, ein Produkt, das keinen Preis hat, ist eigentlich auch nichts wert. Das ist ein grundsätzliches Problem, das ich habe. Und deswegen ist schon der Ehrgeiz vorhanden, dass wir eben das monetarisieren können. Und wie gut ist das jetzt angelaufen? Also wie viele Leute haben da schon… Eigentlich gut. Ich kann natürlich keine Zahlen nennen, weil ich muss ja immer verbergen, wie schlecht die Zahlen sind. Nein, das ist noch zu früh. Aber wir sind jetzt über Budget. Das ist eigentlich schon mal gut. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, am Anfang lief das natürlich sehr rund. Und jetzt merken wir so, die Kurve der Zunahme wird immer flacher und so weiter. Da müssen wir noch einmal Schub geben. Und weisst du, Eto, also ich bin überhaupt nicht sicher, ob dieses Konzept richtig ist. Ich meine, das habe ich eben in Amerika dann auch studiert. Und auch das ist mir da aufgefallen, dass eigentlich niemand genau weiss, was es gibt. Also niemand hat wirklich das Rezept… Aber was schon stark war in Amerika und deswegen bin ich jetzt auch auf dieses Modell eingeschwenkt. Alle haben gesagt, Paywall, 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 Paywall und das ist die Zukunft, alles andere. Gleichweite, das ist vorbei, das ist ein Mist, das bringt einfach nichts auf die Dauer. Und deswegen war ich da ein bisschen beeinflusst davon. Also ich habe wirklich ein Problem mit dieser hybriden Form. Und dann finde ich eben auch inhaltlich, auf der einen Seite steht für mich der Nebelspalt für Satire. Wirklich. Das muss lustig sein, witzig sein, bösartig sein, satirisch sein. Und auf der anderen Seite machst du aber dann ganz normale Artikel, wie wir das irgendwo in der NZZ lesen könnten auf der Online. Und das geht irgendwie nicht zusammen. Geht das zusammen? Kann man das? Also ich meine, inhaltlich ganz unterschiedlich. Also wenn ich doch Nebelspalte habe, will ich, dass es satirisch ist. Und ich finde auch die Videos nicht wirklich satirisch. Nein, zum Teil sind sie satirisch. Marco Rima ist natürlich satirisch, aber sonst nicht. Du, auch das ist natürlich für mich ein Experiment. Ich gebe es zu, oder? Meine Nebelspalte, warum habe ich überhaupt diesen Titel gekauft? Weil ich grundsätzlich das Gefühl hatte, so wie du es richtig gesagt hast, Golf bin ich einfach schlecht. Keine Ahnung, wusste nicht, was ich da machen soll. Nein, ich habe schon noch andere Ideen gehabt, aber eigentlich bin ich schon Publizist und wollte weiter wieder publizistisch tätig sein. Und zweitens wollte ich schon ein Experiment machen. Ich wollte schon noch etwas Neues ausprobieren. Und jetzt noch im zarten Alter, in dem ich bin, noch Unternehmer zu werden, das war eine spezielle Herausforderung, aber auch ein Reiz. Aber der Nebelspalte wurde mir einfach zugetragen, so zufällig. Das war eine Chance. Das war eine Chance, da habe ich mir das überlegt. Und dann bin ich natürlich natürlich noch Historiker und habe natürlich immer Freude an alten Titeln. Und der Nebelspalte, das weisst du auch, hat eigentlich praktisch seit 1875, das ist das Gründungsjahr, immer praktisch alle wichtigen Ereignisse der schweizerischen Politik irgendwie satirisch begleitet. Das hat mich schon gereizt. Aber du hast völlig recht. Ich meine, wenn ich jetzt das online anschaue, da sind wir noch weit davon entfernt von dem, was die Vision ist. Die Vision ist schon, dass man beides machen kann. So wie der Canarangene in Paris oder der Private Eye in London. Es gibt schon Vorbilder und die funktionieren sehr gut. Weil man dann muss natürlich Satire, erstens ist das sowieso anspruchsvoll, das muss gut sein. Und zweitens muss man es klar trennen. Und zurzeit finde ich im Online sind wir noch viel zu wenig satirisch. Also sind wir völlig am Anfang. Es gibt eigentlich fast nichts Schwierigeres, als humorvoll oder satirisch zu sein. Ich glaube, es gibt wirklich nichts Schwierigeres. Und dann ist der Humor zum Teil auch eine Geschmackssache. Die einen finden das gut, die anderen finden es dann nicht gut. Also eine schwierige Ausgangslage. Aber was ist jetzt eigentlich mit, hat es da auch eine politische Intention dahinter? Bei dir hat man immer das Gefühl, es muss jetzt irgendwie, es gibt, oder du hast mal gesagt, es gibt rechts von der Mitte, gibt es ein grosses Publikum, das unbefriedigt da ist. Und dass man jetzt sofort draufzusteuern muss. Gibt es das wirklich? Also erstens stimmt das ja. Ich meine, das ist ja logisch. Ich meine, wenn man die Wahlen anschaut, haben wir immer noch etwa 70 Prozent der Bevölkerung die eigentlich bürgerliche Parteien wählt. Aber sind die nicht schon bedient? Nein, die sind nicht bedient. Die meisten Medien sind natürlich nicht auf der rechten Seite. Aber das stimmt eigentlich doch gar nicht. Schau mal, die ganzen CH-Medien, also die ganzen Lokalmedien, die sind doch jetzt freisinnig, oder? Also der Herr Wanne ist doch ein freisinniger Verleger. Ja, aber eher am linken Rand. Und dann, da gibt es die NZZ, die hat Kurt Zimmermann gesagt, die ist rechtser als rechts, die ist also ganz rechts, die NZZ. Und dann gibt es noch die Weltwoche, die ist irgendwie rechtskonservativ. Ja, was gibt es denn da noch für eine Marktlücke? Schau mal, das ist doch ganz einfach jetzt am letzten Sonntag, oder? Die Abstimmung CO2-Gesetz. Ganz knapp. 51,6 Prozent haben das abgelehnt. Wie viele Medien haben CO2-Gesetz abgelehnt? Von allen Medien, die du kennst. Ich weiss es nicht. Zwei. Die Weltwoche und der Nebelspalter. Nicht einmal die NZZ. Und das kann ja etwas nicht stimmen. Es kann ja nicht sein, dass 95 Prozent der Medien sagen, CO2-Gesetz ist sehr gut und 50 Prozent der Bevölkerung sind anderer Meinung. Und diese Meinung wird irgendwo diese Medien nie wiedergegeben. Es kann einfach sein, dass diese Leute, die diese Meinung haben, gar keine Medien lesen. Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass sie keine Medien lesen, weil sie keine Medien mehr finden, die mehr oder weniger das bringen, was sie für vernünftig halten. Aber ich möchte noch betonen, der Nebelspalter ist nicht ein politisches Projekt. Obwohl, und ich gebe das auch immer gerne zu, ich bin ein Journalist, ich bin ein politischer Journalist, ich bin sehr offen, was meinen Standpunkt betrifft. Anders als die meisten Kollegen sage ich, wo ich stehe. Und dann kann man beurteilen, macht das Sinn, was er sagt oder nicht. Aber grundsätzlich bin ich Journalist. Und Journalismus hat einfach gute Informationen, zuverlässige Informationen, faire Recherchen und so weiter. Das ist schon das Ziel beim Nebelspalter. Und ich glaube, auch das ist eine Marktlücke. Weil ich glaube, aber pass auf, wir sind noch weit davon entfernt. Aber wenn ich von Visionen rede, dann würde ich gerne ein Medium machen, wo die Leute sagen, nee, das stimmt. Das stimmt einfach. Und da glaube ich, haben wir echt ein Problem, wir Journalisten. Wir sind nicht mehr so genau. Aber heisst das jetzt einfach Meinung? Du machst Meinung? Oder heisst das jetzt Recherche, Knall? Und das ist dann aufwendig. Das ist dann teuer. Das ist dann, da muss man dann in die Hosen gehen und wirklich mal an die Front gehen. Ich habe eben das Gefühl, dass gerade in dieser Rechts, dass man einfach so ein bisschen Meinung macht. Man ist einfach gegen die Politik oder man ist gegen den Bundesrat. Man ist einfach so ein bisschen dagegen und macht ein bisschen so Meinungsjournalismus. Aber nicht wirklich, wirklich investigativer Journalismus oder wirklich harter Journalismus, der wirklich dann raus zu den Leuten geht, sondern man setzt einfach auf eine Meinung, die vielleicht den stillen Teil der Bevölkerung hat und man hat das Gefühl, dass der das hat. Und dann wird man Sprachrohr von der stillen Mehrheit. Ich glaube, das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Weil erstens mal würde ich sagen, dass die meisten Medien extrem meinungslastig sind. Was sie verkaufen als Recherchen sind enorm einseitig. Die haben immer ein Standpunkt. Weil Recherchen teuer sind? Ich wehre mich ein bisschen dagegen. Ich glaube nicht, dass es am Geld liegt, sondern es liegt ein bisschen an den Journalisten. Ich glaube, ein grosses Problem, und das habe ich auch bei der Basler Zeitung erlebt und dann beim Tagesanzeiger auch schon, ist die Homogenität. Und du kennst das auch bei der SRG. Es ist ein Riesenproblem in unserem Milieu, dass wir uns viel zu einig sind in wichtigen Fragen. Viel zu einig. Wir haben nicht eine grosse Spannweite von verschiedenen Meinungen. Und das führt eben auch dazu, dass die Recherchen immer in die gleiche Richtung gehen. Und das merken dann die Journalisten gar nicht mehr. Und die haben dann das Gefühl, ja, das ist einfach die Wahrheit. Also wie viele Geschichten werden gemacht, immer wenn irgendwie, gestern war irgendwie wieder Hagel, dann kommen doch irgendwo in den Medien sofort irgendwelche Geschichten. Ja, das ist eben der Klimawandel und so weiter. Hey, das ist reine Meinung. Also ich weiss es jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade gestern ein Buch gelesen, wo die Statistik, wo die Statistik, wo die Statistik... Was unbestritten ist, ist, dass es wärmer geworden ist. Aber was nicht stimmt, ist zum Beispiel extreme Wetter. Kannst du im IPCC-Bericht nachlesen. Low confidence. Dass extreme Wetterlagen zugenommen haben in den letzten 100 Jahren. Low confidence. Die Medien schreiben immer das Gegenteil. Das ist Meinung. Aber es wird verkleidet als Recherche. Ein ganz grosses Problem der meisten Medien heute und der meisten Journalisten ist, dass sie es gar nicht mehr merken. Und zwar, weil wir eben uns so einig sind. In gewissen Fragen haben wir das Gefühl, kann ja gar nicht sein, dass man eine andere Meinung da hat. ZU2-Gesetz ist auch ein gutes Beispiel. Ich unterstelle gar nicht den Journalisten, dass sie da immer irgendwie praktisch die Partei im Kopf hätten oder so. Überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Aber ja, du kannst ja die Leute... Frag deine Kollegen, was sie gewählt haben, letzte Nationalratswahlen. Du wirst ganz wenige finden, die dir sagen, FDP, CVP... Gut, das sind wir jetzt gerade bei einem guten Beispiel. Wieso sollte man überhaupt noch die FDP wählen? Du bist ja... Das ist aber jetzt ein Sprung. Das ist ein guter Übergang, oder? Du hast mir jetzt die Vorlage gegeben, weil du gesagt hast, eben die Journalisten wählen nicht mehr FDP. Da kann man fragen, nicht nur die Journalisten wählen nicht mehr FDP offensichtlich. Du bist immer noch in der FDP. Ja. Was gibst du jetzt deiner Partei für einen Ratschlag, nachdem sie ja wieder auf der Suche ist nach einer neuen Chefin, einem neuen Chef? Ich glaube, es ist eine grosse Chance jetzt, weil man hat in der FDP mal versucht, einen neuen Kurs einzuschlagen. Aus meiner Sicht war es der falsche Kurs, aber darüber kann man ja diskutieren. Und man hat ganz offensichtlich die Quittung bekommen für diesen Kurs. CO2-Gesetz, eine erdrückende Mehrheit der FDP-Wähler, hat auch abgelehnt, obwohl die Partei anderer Meinung war und die NZZ auch. Das ist natürlich, das geht nicht für eine Partei. Und jetzt, ja natürlich, mein Rat ist, nach rechts zu gehen. Und zwar muss man aufpassen. Die FDP muss wirtschaftsliberaler sein als jede andere Partei im Land. Die muss auch wirtschaftsliberaler sein als die SVP. Und die SVP hat ja, wenn man ganz ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind, ordnungspolitisch eine Achillesferse und das ist die Landwirtschaft. Aber sonst eigentlich nicht sehr viele. Und die FDP macht eine ordnungspolitische Sünde nach dem anderen und zeigt dann mit dem Finger auf die SVP wegen der Landwirtschaft. Also zum Beispiel CO2-Gesetz zu unterstützen als Liberaler, finde ich, das geht nicht. Eine so grosse Subventionswirtschaft zu unterstützen, die da geschaffen worden wäre, das geht nicht. Aber Lenkungsabgaben wären eigentlich gut. Also jeder Ökonom sagt, wir müssen das Problem lösen mit Lenkungsabgaben. Ja, natürlich, aber dann liberal heisst natürlich, Lenkungsabgaben. Das wäre doch liberal. Und zurückgeben, selbstverständlich. Ja, aber Lenkungsabgaben heisst eben auch, dass du nachher das Geld zurückbekommst. Zurück, das ist das Wichtige. Oder nicht, dass du den Staat heimlich noch aufbaust. Aber ein Teil wäre ja zurückgekommen, immerhin. Ja, aber wahrscheinlich am Schluss wären eine Hälfte. Die Hälfte wäre... Zwei Drittel. Ja, das sagt man dann immer. Kommt dann darauf an, wie es ausgestaltet worden wäre. Sagen wir jetzt mal an die Hälfte. Eine Milliarde, hat Simon Ettersommer-Ruber gesagt. Eine Milliarde. Mehr Einnahmen für den Staat. Das ist nicht gut. Was dann vor allem Richtung Wirtschaft, Gebäude, Technik und so weiter geflossen wäre. Darum hat man das ja auch gemacht, damit man die Wirtschaft noch einbindet. Ja, das sind doch Investitionen. Aber du sagst, das ist nicht wirtschaftsliberal. Also wirtschaftsliberale werden, was dann noch? Gesellschaftsliberal so bleiben, wie man ist. Das ist gut, oder? Dass alle gesellschaftsliberalen fragen, da würde ich total liberal sein. Da bin ich auch libertär. Auch ich persönlich bin da libertär. Und jetzt die Ökologie. Weil das Interessante, was ich eigentlich interessant finde als Zürcher, wenn ich so... Du bist ja Historiker, oder? Ich hatte einen Déjà-vu-Effekt. Vor 30 Jahren oder 40 Jahren, da war eine Elisabeth Kopp, die genau auf diesem grünen ökologischen Trend war. Und sie wurde von dem wirtschaftsliberalen Teil der Zürcher Freisingen ständig auf die Seite gedrückt. Sie hatte eigentlich kein Erfolg. Und jetzt das genau gleiche wieder. Eine Frau, die kommt, die versucht ein bisschen ökologischer zu werden, auch weil ihnen natürlich die Glühliberalen im Nacken sind. Und die wird jetzt wieder abgeschossen. Also eigentlich, für mich ist das totales Déjà-vu. Als erstes glaube ich, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob sie eine Frau war oder ein Mann. Weil der grüne Trend, der war schon mal da bei der FDP. Der grüne Trend, den gibt es eigentlich seit den 70er Jahren. Und die Grünen haben, oder die Linke hat es verstanden, dass sie eine eigentlich antikapitalistische Politik tarnen können als grüne Politik. Und die Bürgerlichen waren dumm genug, dass sie das nie richtig durchschaut haben und zu wenige liberale Konzepte gemacht haben. Sind wir mal ehrlich, ich meine, sehr viele wichtige Gesetze, was Umweltschutz betrifft, wurden schon in den 60er Jahren von den Bürgerlichen vertreten. Also die Linken haben das eigentlich dann geerbt und haben das, finde ich, genial. Die haben das gut gemacht. Die haben ihre, ich meine, sie wollten eigentlich die Revolution. Dann haben sie gemerkt, die Revolution kommt nicht, also machen wir jetzt die ökologische Revolution. Und was ich der FDP vorwerfe, eine liberale Antwort auf Umweltschutzfragen muss wirklich liberal sein. Und das heisst, dass man extrem innovationsbereit ist, innovationsfreundlich. Technologie wird das wichtigste Mittel sein, um Umweltschutzfragen zu lösen. Ganz sicher nicht mehr Regulierung. Und Technologie braucht Anreize. Nur mit Anreizen... Nein, da bin ich anderer Meinung. Das braucht Anreize. Technologie setzt sich immer durch, wenn sie gut ist. Und Technologie muss effizient sein, sie muss billig sein, sie muss nützlich sein. Ich kenne kein Beispiel in der Geschichte, Reto, wo du Technologien von Staates wegen... Doch, doch, da gibt es aus dem Militär. Das Internet ist entstanden aus der Militärtechnologie. Da gibt es so viele Dinge, die eigentlich vom Staat gefördert worden sind. Da gibt es ganze Bücher darüber... Gibt es nur in der Rüstungsindustrie. Ja, aber das hat sich nachher dann weiterentwickelt. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei der Rüstung weisst du immer, was ist das Ziel? Menschen töten. Möglichst viele Menschen töten. Das Ziel ist total klar. Das wissen wir bei allen anderen technologischen Entwicklungen eigentlich nicht. Ich meine das iPhone. Was war der Zweck des iPhones? Warum hat Steve Jobs das Gefühl gehabt, das iPhone interessiert die Leute? Ja, es ist sozial. Ja, es ist praktisch. Ja, es ist schnell. Aber das ist sehr viel schwieriger zu definieren, in welche Richtung soll eine Technologie gehen, wenn es nicht darum geht, Menschen zu töten. Das ist klar. Das würde ich mal ganz stark unterscheiden. Menschen töten. Da geht es. Da kann der Staat investieren. Dass die Politik keine Ahnung hat, wohin die Technik laufen soll, das ist ganz klar. Aber trotzdem kann man mit Anreizen, mit Lenkungsabgaben, mit solchen Dingen kann man arbeiten. Sag mir ein Beispiel, wo das funktioniert hat. Kann ich jetzt gerade kein Beispiel aus dem? Es gibt ganz wenige. Aber es gibt Beispiele, es gibt ganze Bücher darüber. Nein, es gibt ganz wenige. Also ich schicke dir da mal. Dann bitte schick mir diese Bücher, die interessieren mich. Gut. Da gibt es nicht viele Beispiele. Und ich sage dir auch, warum es nicht so viele Beispiele gibt. Weil grundsätzlich die Politik nicht weiss, in welche Richtung die Welt sich bewegt. Und wir alle auch nicht. Und deswegen ist ja der Markt oder die Wissenschaft so ein geniales System, wo du einfach Wettbewerb hast. Und sich das einfach ausgleichen. Darum sage ich ja, man müsste das mit einem Preismechanismus machen. Aber gut. Du hast jetzt aber gesagt, die FDP muss wirtschaftsliberaler werden. Aber von der Ökologie hast du kein Wort gesagt. Du hast nur gesagt, die Bürgerlichen haben die Ökologie verschlafen. Aber was heisst das jetzt? Einfach auf Technologie setzen. Also abwarten und auf Technologie setzen. Sicher keine Technologieverbote. Möglichst wenige Regulierungen. Schauen, dass der Wohlstand wächst. Weil alle Länder, wo viel Wohlstand ist auf der Welt, haben viel weniger Umweltschutzprobleme als Arme. Das ist eindeutig, oder? Und der Westen hat immer noch die beste Umwelt und nur weil wir uns das leisten können. Also die erste Voraussetzung ist Wohlstand. Wohlstand ist absolut die Voraussetzung. Die Voraussetzung. Absolut. Gut, da sind wir gespannt. Das waren die heissen Tipps. Ich hoffe, der zukünftige Parteipräsident oder Präsidentin hat zugehört. Kann man dich als Berater anstellen? Ich kann mich immer anrufen und dann werde ich sie gerne belehren. Und die Bücher nennen, die du mir jetzt da hinfiehst. Wir müssen schon bald mal zum Schluss kommen, aber jetzt noch mal schnell zurück zum Nebelspalter. Was sind jetzt so die nächsten Ziele? Also was hast du dir als Ziel gesagt und wie wird sich das noch verändern? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir an unserem Profil schärfen. Wenn ich selbstkritisch bin, dann würde ich sagen, noch zu viel MeToo. Also wir müssen uns noch stärker unterscheiden. Und ich meine, ich merke das ja auch. Ich war beim Tagesanzeige, dann bei der Weltwoche, bei der Wasserzeitung. Ich war immer bei eingeführten Titeln. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich war nicht beim Fact zum Beispiel. Oder bei Radio 24 am Anfang. Oder du warst bei Radio Z und das war auch relativ jung. Also ein neues Medium ist etwas ganz anderes, als ein eingeführtes Medium zu verändern und zu entwickeln. Also wir haben kein Publikum, sondern wir müssen das Publikum zuerst schaffen. Das wollte ich noch fragen. Was ist eigentlich das Publikum? Was ist das Zielpublikum? Sind das so fossile wie wir? Sind das junge Leute? Wer soll das Zielpublikum sein? Das sind schon die Jungen. Ich sage es immer so, es sind meine Kinder. Ich habe fünf Kinder. Die Kinder sind jetzt alle, gehen jetzt ins Erwachsenenalter, 23 bis 15 und die sind alle extrem politisch interessiert. Die sind sehr starke Medienkonsumenten und wenn ich schaue, was die konsumieren, dann wir sind sehr angersächsisch orientiert, weil wir in Amerika gelebt haben. Also das heisst, sie sprechen alle beide Sprachen. Das heisst, sie konsumieren nur angelsächsische Medien. Und da was eigentlich, sie lesen relativ wenig, sie schauen sehr viele Videos und sie hören sehr viele Podcasts und sie sind besser informiert über amerikanische Innenpolitik oder britische Innenpolitik. Also über die Schweizer. Also über die Schweiz und auch als ich, der immer noch zum Beispiel das Wall Street Journal mein Leibblatt liest. Aber das ist das, was mich interessiert. Eigentlich möchte ich wirklich ein Medium schaffen, das diese Leute holt. Und schauen deine Kinder deine Videos? Ja, sie müssen ja, sonst werden sie entwerbt. Sie werden zwangsverpflichtet. Oder es gibt kein Znacht. Zwangsverpflichtet, ja. Ja, also ich meine, das finde ich eine interessante Frage, weil ich sehe es ja genau, ab und zu sage ich jetzt, bitte mal schauen und dann sagen sie, ja, ist noch gut, aber sie sind noch nicht so weit, dass sie freiwillig das machen, weil sie finden, ja, die sind so zwingend gut. Und würden sie zahlen? Das ist noch eine andere Frage. Sie würden wahrscheinlich Podcast und Video zu zahlen, das ist also schon das Spezielle. Aber da habe ich auch nicht so ein Problem, da Sponsoren zu finden, das ist möglich. Das ist nicht das Problem. Bei den Texten ist es viel schwieriger. Okay, also das heisst, hybride Form, Texte bezahlt, Video per Sponsoring. Vorerst machen wir das mal so und dann schauen wir. Also ich meine, das ist ja auch was Schönes und das kennst du auch gut aus der SRG. Wenn man eben, oder vom Radio Z, wenn man eben ein Start-up ist, und Radio Z war das auch, dann kann man die Sachen sehr schnell auch verändern. Und das ist ein Riesenvorteil. Wir müssen nicht eine Kommission einsetzen oder eine Arbeitsgruppe und dann durch fünf Boards und so weiter schleusen, sondern wir können relativ schnell reagieren. Und das macht auch Spass. Aber es ist natürlich auch anstrengend, logischerweise. Das Gute ist, dass die Kommissionen heute derart überfordert sind, dass man, wenn man als Unterseeboot einfach unten durchtauchen kann. Das kommt auch. Ganz zum Schluss, fünf Sätze, die du einfach noch beenden würdest. Mein Lieblingsmedium in der Schweiz, abgesehen vom Nebelspalte, ist? Mit der NZZ. Weiterhin ganz klare Sache. Die Schweizer Regierung bekommt von mir für ihre Corona-Politik welche Note von eins bis sechs? Sechs wäre die beste? Fünf. Das ist aber noch gut eigentlich. Für den kritischen Markus Somm eigentlich sehr gut. Satire darf bei uns alles ausser? Eine sehr schlechte Laune machen. Witzig sein ist nicht meine Absicht, weil? Weil ich nicht unbedingt da so begabt bin. Der Nebelspalte ist dann ein Erfolg, wenn? Wenn du und ich nicht mehr leben können ohne den Nebelspalter. Gut, das ist das Ziel. Du, warum? Das ist das Ziel. Ich werde auf jeden Fall auf die Homepage gehen. Man muss wirklich interessante Videos, viele Videos gibt es dort. Podcasts, da muss man mal drauf gehen. Nebelspalter.ch Vielen Dank, Markus Somm, für das Gespräch. Danke für die Einladung. Das war der sechste ComSumCast. Alle unsere Podcasts sind zu hören auf Spotify, Apple, auf YouTube auch zu sehen und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Es gibt jeden Monat einen neuen Podcast, immer publiziert in der ersten Woche des neuen Monats. Wir machen jetzt aber mal Sommerpause. Der nächste neue ComSumCast erscheint dann Anfang September. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank.